R2-Staub-Soko R2-Staub-Soko Wir müssen leise sein Was, du meinst, wir sollen mit voller Härte angreifen? Du meinst nicht, dass Imperator Han zu stark für uns ist? Also gut, Erzwurzstaubsaugur. Möge der Saft mit uns sein. Imperator Han, lege deine Waffen wieder. Nur denn, so sei es. Ergebe dich, es ist doch nicht zu spät. Na gut, so sei es. Gut, gekämpft du hast. Really? Okay. Vielen Dank.